der nomi einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von tik tok virale gta 5 stars nachmachen von box place leute wir reagieren heute wieder auf ein video von und ich habe meinen anderen rap aus der letzten folge noch am start den werde ich gleich essen während ich mir diese folge hier vergenusswerke leute ihr seht schon ich habe gleich da gelassen weil ich glaube ich die folge damals auch schon angefangen habe ich glaube ich so zu ende geguckt ich bin mir aber nicht mehr sicher auf jeden fall daumen auf ehre und wir gehen rein ich wünsche euch viel spaß gleich für mein video das badmobil freund das badmobil sehr interessant das habe ich schon gesehen einfach aber das ist lange her leute und ich weiß auch nicht mehr genau ich habe das badmobil glaube ich nicht zu ende geguckt heute wer der tag sei an dem ich es zu schaffen sollte eigentlich kein problem sein und das weltmobil organisiert ja mann kein motorrad dann endlich ich muss sagen ich bin schon sehr gehypt drauf mal gucken können wir jetzt hier und wussten verdammte freunde und wir fliegen auch noch richtig hoch ich glaube wir müssen das noch mal ein bisschen ändern gibt gas mit dem badmobil ich muss sagen dass ich mal wieder ein stunt der wahrscheinlich ein bisschen mehr spaß bringen wird ja man und wussten das sieht mit dem badmobil aber ganz schlecht aus ok ja irgendwie hier irgendwo komisch aber keine person mit ihm geht einfach so ganz normal weg als wenn es gewesen es ist auch schon wieder eine ewigkeit her wieder eine tik tok stand episode gemacht haben ich dachte so kaum leute wir brauchen unbedingt aber der winkel ist nachher nur entscheidender ich muss sagen ist das schon eine ewigkeit her dass wir eine tik tok stand episode gemacht haben ich glaube es ist nämlich schon über ein zwei monate her oder so nachfrequenzen und verdammt leute das war gar nicht mal so schlecht ist wenigstens dann der gar nicht mal so schwer ist aber der ist voll komplett viral gegangen ich muss sagen momentan macht mir wieder richtig richtig gespart ich muss nur den richtigen winkel wegen den skill races du blöd mann vielleicht was auch heftig wäre wenn wir jetzt auf den dinge drauf landen können wir drauf landen so knapp aber eben schon mal die landung hier glück gehabt oder nein 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 schon wieder alles bei ihnen gut tut mir ich leid ja wohl sammeln mit der mittel landen jetzt hier um den backflip quasi gut vollenden zu können dann ja ja zu niedrig ja leider durch den anderen dadurch das jetzt so schön dadurch leute vielleicht mit ein bisschen mehr speed dass wir ein bisschen mehr anlauf haben um den berg hat sich gut aus das sieht sehr gut aus nein das sieht gar nicht gut aus doch nervig jetzt gerade einfach nur achte auch die glück gehabt alle fahren weiter alles ganz entspannt aus dem weg werde pass auf freunde der ist es jetzt der ist es mit ansage der ist es mit ansage mit ansage mit ansagen wir sind durchgekommen freunde und noch mal clean landen hier im coolen drift nach hinten aber das war auch rückwärts durch was im endeffekt noch schwieriger ist leute wie wir durchfliegen mit badmobil mäßig noch ein motorrad stand dreht sich leute und bei uns noch mal ab um dann im endeffekt einfach hier in dem parkhaus noch drin zu landen ist auch ein heftiger start immer ganz kurz wiederholt und richtige motor auswählen und dann müssen wir auch noch gucken oha könnte heftig werden die brühe wie weit aus er fällt jetzt hier auf jeden fall mit voll speed lang und bad und oh leute oh leute nein ich versprecheid ich war ja das war so knappe das dann scheint auf jeden fall aber echt gut spaß zu machen man muss halt nur im richtigen moment irgendwie abspringen auch gucken das bisschen wie bmx deswegen feierte die wahrscheinlich auch verdammt schade aus dem weg ja ok kurz hier drehen und tschüss hey mann dann ist da einmal so ein richtig blöder pfeiler im weg mit einer drei ja leute lasst uns mal drei likes schaffen so aus dem weg drei likes digger und let's go nee oder so schnell jetzt hier genau und jetzt leute und der ist gut der ist gut der ist sehr gut der ist weil ich auch nein taxi können sie mich nicht mitnehmen verdammt wenn sie mich mit also der web ist geil um zu gucken der kann er will muss dann einfach das motorrad unter kontrolle bekommen wenn man das ist aber auch so schwer ich könnte mir niemals vorstellen steht motorrad stand zu machen also da würde ich ausrasten ich werde mein pc kaputt schlagen ich sag es ehrlich ja 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 und ich sag jetzt nicht mal motorrad das da oben oder irgendwo im gebüsch doch es hängt einfach im gebüsch freunde was ist das denn also mein benzin läuft aus besser gesagt jetzt nicht noch ein bisschen gas geben wir verlieren einfach hin wir haben so eine ölspur leute warte wollen wir die mal anzünden brennt das jetzt ja guck mal das brennt als ob nein 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 das kommst du uns nein die feuerspur verfolgt uns als ob uns leute wie cool ist das denn er brennt jetzt ja viel geschwindigkeit alter ok ok direkt rein wir können oh mein gott das war so knapp das wäre so gut und hochziehen und zack und jetzt leute jetzt ist das ding hier drin im kasten leistiger deswegen ist ja 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 oder zieht streng ja nee das motor ist nicht drin und zack die wien freunde die biebien die biebien die biebien die biebien alter wo bist du denn hingeflogen junge gabst du haben umsonst freuen jetzt ist das gefühl sehr sehr gut da 104 versuch und bei sehr guter dingen und jetzt hier ganz kurz sehr guter warum bei uns denn ich sagt der bau ist gut freunde der bau ist sehr gut das ist nur ganz kurz abbauen ja ja und rein 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 ok 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 wir machen dass wir gerade vorwärts machen das jetzt vorwärts ok ja eingeparkt ich glaube ich bin besser indem ich so nach links drehe hier und dann nicht schon wieder proxok jedes mal die ok von ganz simpel alleine ja ja proxok verletzt immer menschen freunde das dann ich mag nicht mehr dann morgen es ist mittlerweile ein tag später freunde und wie man sie wieder ein neunster hat aufgehört 1,7 millionen likes ok interessant rock so hat einen zweiten dnf gemacht also 8.0 hatte glaube ich letztens dann dnf gemacht und hier jetzt diesen stand ich bin gespannt und landet das ganze auch noch perfekt leute ich muss sagen der stand ist so hat die wir eingegangen wird 1,7 millionen likes und ich glaube sogar irgendwie wie viele aufrufe 27 millionen also sollten wir eigentlich schaffen und jahre ist nächster tag ich war einfach so frustriert von gestern aber ich da mal diesen einst dann nicht geschafft habe deswegen will ich jetzt wenigstens probieren dieses dann hier zu schaffen gerade hier habe ich den kanälen und nennt von nein ist kein first try ganz wichtig für mich leute dauer ich dafür brauchen einfach bis das sind viel geschwindigkeit freunde um ja dann dann quasi ein bisschen geht da noch alter ich sage es ist echt schwer mit diesem ding hier in den ordentlichen stand hinzubekommen war man hat die ganze zeit irgendwie zu weit rechts und links hat aber jetzt hier leute frontflip schon so cool gewesen aber guck mal wie wir jetzt hier gerade gelandet sind alter manometer leute ich weiß nicht was ja warum feiert ihr eck habe ich so heftig leute und einfach unmöglich ich bin jetzt schon so fast seit einer stunde am start und kriegt diesen stand einfach nicht hin freunde der ist wirklich erst einfach mega mega schwer weil guck mal müsste es sieht auch so aus und jedes mal knallt dieses ding hinten auf ja guck mal hier aber wir haben es geschafft mehr oder weniger oder komm leute ich sage es ist einfach so frustrierend mit dem den kummer die verbeult das teil ist ich habe das schon so lange probiert ich hoffe es hat euch gefallen von dieser tik tok stand episode das war über echt wieder krasse sachen mit einem start ja leute ich weiß ja nicht aber also das ist die einzige episode wo er ein bisschen rein gefällt hat muss man schon sagen aber im großen und ganzen digga die stanz prozent die du da gemacht hast alter geist ist krank die könnte ich sag mal 90 prozent der community sind da raus inklusive mir ja leute das war es mit einer weiteren gta 5 tik tok stanz challenge von broxo und part 10 ist auf dem hauptkanal leute falls ihr den sehen wollt auf dem hauptkanal gehen und da noch mal gucken ist am 9.3 rausgekommen ansonsten auch in der playlist die hier gleich eingesendet wird ebenfalls lasst ein like für dieses video da schaut mal ein abo raus und checkt eins von diesen beiden sachen hier aus kuss 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 k樂 den offer kuss 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 des offer